Wie geht's da? Alles klar? Ja! Gut, super, jetzt sind wir frei. Alles klar? Ja! Ich muss ganz entspannen bleiben. Ja? Ja! Okay. Alles klar? Ja! Okay. Das gibt's ja gar nicht, oder? Ja. Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn! Das ist irre, oder? Es ist wunderschön nicht, dass man da mal süßig wird, oder? Na ja. Die Straffläche, oder? Ja. Ja. Das ist der Hoffenheimring. Ja. Was ist der Hoffenheimring? Immer noch 280 Meter hoch. Okay. Mhm. Und? Alles klar? Ja. Also wie gesagt, nochmal bei der Landung sage ich, wann raus muss. Okay. Aber da nimmst du mir ja vorher die Kamera weg, ne? Ja, die kannst du ja in der Hand halten. Ja, das macht nichts. Ich möchte ja grad aufstrecke. Okay! Du bist sexy. Das mach ich jetzt mal. Nein! 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 Genau! So was tut! Mit der anderen kann ich jetzt gerade noch was vor, weil man kommt dann. Aber das muss ich nicht, oder? Nein, das muss ich nicht. Da hat man sich mal trocken weint, versteht? Ja, ja, du hast... Ich bin vollkommen sprachlos. Ich bin vollkommen geblättelt. Was ist denn das da vorne, das Blaue? Das ist die Speirerbrücke. Ah, ok. Kostet das viel Kraft in den Armen, das Lenkel? Ich mache jetzt auch gleich gut, da war ich die Landung. Gucken wir ganz nach rechts mit dem Tisch. Ja, genau so, super. Ja, ich denke, wir machen jetzt auch wieder weiter. Ja, mich ärgert es jetzt nur, dass ich mich gesetzt habe, obwohl du ja gesagt hast, ich soll mich ersetzen, wenn du was sagst, ne? Deswegen habe ich jetzt Sorge, ob ich das hinkriege mit dem... Ja. Und wie oft ist deine Frau schon mitgeflogen? Ach, die ist selber schon geflogen. Ok. So, jetzt tun wir auf die Landung konzentrieren. Ok. Und dann gehe ich dann auch gleich raus, ne? So, jetzt gehe ich nochmal auf und gut raus, richtig raus. Bleib gleich mit der Kamera vor, richtig raus. Ich gehe mal ganz raus, aus dem Sitz raus. Aus dem Sitz raus! Ah! Ich trau sie ja wohl. Nein, ich bin nicht... Ok, ich bin nicht ganz raus, aber... Okay, ok, ok. Danke, dass du mir abgeholt hast. Wir haben halt den Arsch getreten. Ok, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Und laufen? Superschön! Nicht hier hocken! Jawohl! Danke! War das nicht heilig? War's schön? War's schön? Es war... Es ist halt so gemütlich jetzt, gell? Oh! Ist es wunderschön? Es ist sowas von... Es ist unbeschreiblich! Es ist phänomenal! Es ist ohne Worte! Es ist... Ok. Mal weg die Kamera fahren. Ah!